Für wen eignet sich ein Massagegürtel? Ein Massagegürtel für den Nacken- und Schulterbereich eignet sich für jeden, der häufig unter Stress und körperlichen Schmerzen oder Verspannungen leidet. Was kostet ein Massagegürtel? Die Preisspanne von Massagegürteln liegt zwischen 30 Euro und 200 Euro. Ein solides Gerät mit einigem Extras findest du bereits für 60 Euro 70 Euro. Wenn dir jedoch zusätzlicher Luxus wichtig ist und du ein High-End-Produkt mit vielseitigem Massageprogramm preferierst, musst du etwas tiefer in die Tasche greifen. Wo kann ich einen Massagegürtel kaufen? Die bekanntesten Hersteller von Massagegürteln sind. Welche Alternativen gibt es zu einem Massagegürtel? Zu einem Massagegürtel gibt es einige Alternativen. Prinzipiell ist jedes Massagegerät geeignet, das ebenfalls Nacken, Schultern oder Bauch stimuliert. Was zeichnet einen Bauchmassagegürtel aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Das Besondere an Bauchmassagegürteln ist, dass es sich speziell um Massagegürtel handelt, die durch Aussendung von elektrischen Impulsen Bauchfett reduzieren und den Muskelaufbau in der Bauchgegend fördern sollen. Was zeichnet einen Schulter- und Nackenmassagegürtel aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Bei einem Massagegürtel für den Schulter- und Nackenbereich handelt es sich um ein elektrisches Massagegerät, welches die entsprechenden Körperpartien massiert und dort Muskelverhärtungen und Verspannungen löst. Wie wende ich einen Massagegürtel richtig an? Die Anwendung des Massagegürtels ist recht einfach. Als erstes legst du den Massagegürtel an die Stelle. Die du massieren möchtest, wie reinige ich einen Massagegürtel? Da ein Massagegürtel immer indirekt im Hautkontakt ist, solltest du die nötigen Hygienemaßnahmen beachten. Wie lange darf ich eine Muskelgruppe mit dem Massagegürtel massieren? Wichtig ist, dass du auf die Signale deines Körpers achtest und gerade am Anfang darauf bedacht bist, deine Muskeln nicht zu überlasten.